Mein Name ist Adrian Gurgl und ich spiele aktuell beim HC-BW Schwalbe-Thymnern. Meine bisherige Station war der MTSV Erzen. Ich spiele in der Abwehr. Für mich ist es eine große Ehre dabei zu sein. Ich habe jetzt schon ein paar Mal dabei sein dürfen. Es ist eine große Ehre mit einer Auswahl der besten Spieler der Region hier zusammen zu spielen und dann auch noch gegen Eggersdorf auflaufen zu dürfen. Ich habe mir vorgenommen erstmal eine gute Leistung zu zeigen, meinen Verein ordentlich zu repräsentieren. Und am Ende dann natürlich auch mit meiner Mannschaft das Spiel zu gewinnen. Wir schlagen Eggersdorf, weil wir letztes Jahr schon sehr nah dran waren mit dem Unentschieden. Und vielleicht kommt dieses Jahr das Quäntchen Glück noch hinzu, dass wir das Spiel am Ende gewinnen können. Am meisten freue ich mich auf das Auflaufen mit meiner Mannschaft, mit dem Gegner, bei einer hoffentlich großartigen Kulisse, mit vielen Zuschauern und natürlich auch gutem Wetter. Wir sehen uns am Freitag, den 30. Juni in Hastenbeck. Wir sehen uns am Bookmarkdown. Bis zum nächsten Mal.